Hallo, herzlich willkommen beim Stempelpalast. Schön, dass du reinschaust. Ich wollte dir schnell die neuesten News für Oktober mitteilen und da ich weiß, dass du ja nicht so gerne lange Texte liest, habe ich gedacht, ich nehme dir schnell ein Video auf. Ja, wir sind zwei Monate und zehn Tage vor Heiligabend. Das heißt, es wird definitiv Zeit für die Weihnachtsbastelei. Gestern hast du ja schon eine Karte gesehen, meine erste offizielle Weihnachtsgebastelte Karte, wobei hier im Hintergrund natürlich schon ein bisschen mehr passiert, aber davon in den nächsten Tagen natürlich mehr. Wie du es gewohnt bist, eigentlich immer um 10 Uhr die News und Updates. So wie heute dieses Video für dich, damit ich dir eben die neuesten Nachrichten erzählen kann. Ich habe mir auch einen kleinen Stichwortzettel gemacht. Mir fehlt noch so der Teleprompter. Das machen wir mal mit dem Zettel. Gut, ich schaue mal eben, ja genau, ich wollte dir erzählen, wir haben im Advent ja noch die Aktion mit unserem Designerpapier. Ausgewählte Designpapiere haben wir drei kaufen, das vierte gratis dazugekommen. Es gibt einen Flyer dazu, den halte ich dir mal hoch. Den findest du unter diesem Artikel auf meinem Blog www.stempelpalast.blogspot.de. Unter diesem Video verlinke ich dir nochmal den Flyer, damit du da nochmal in Ruhe reingucken und lesen kannst. Des Weiteren gibt es im Oktober ja noch die Aktion mit dem Stempelset. Ich muss mal eben hinter die Kamera fassen. Da liegt es nämlich, Freude im Advent. Dieses Stempelset kann ich dir schenken. Solltest du im Oktober noch eine Stempelparty machen, können wir darüber sprechen. Und ja, dafür müsstest du mich einfach anrufen, anschreiben, anmailen, eine Nachricht bei Facebook, einen Kommentar auf dem Blog, dass ich dich kontaktieren soll. Alles kein Problem. Melde dich einfach bei mir und dann kriegen wir im Oktober auch noch eine Stempelparty hin. Ich glaube, drei Termine habe ich noch frei und dann können wir auch das für dich möglich machen. Dann wollte ich nochmal eben von dir lauschen, von dir hören, wollte bei dir lauschen, von dir hören, ob du den aktuellen Herbst-Winter-Katalog schon hast. Als Printmedium. Als PDF kannst du ihn dir ja bei mir auf der Webseite runterladen. Als Printmedium kann ich ihn dir schicken. Dafür brauche ich deine Daten. Auch da findest du einen Link auf meinem Blog, wo du dich eintragen kannst, damit ich dir einen Katalog schicke, damit du drin schnüffeln kannst. Denn ich hole am 11.11. schon den Frühjahr-Sommer-Katalog, also für Zeit. Der Katalog, der Herbst-Winter-Katalog gilt bis Jahresende. 2. Januar gibt es einen neuen. Und ja, du solltest langsam reinschauen, ob du noch was brauchst und was du brauchst, damit wir dir die Wünsche auch noch erfüllen können. Denn ich kann dir nicht versprechen, dass alles wirklich bis Jahresende vorrätig sein wird. So, was noch? Genau, ich habe noch einen Workshop. 27. Oktober. Karte ist schon fertig, Verpackung ist noch im Kopf, aber auch schon angedacht. Zwei Plätze habe ich noch frei. 8 Euro kostet das Ganze. 20 Uhr geht's los. Und ich habe das Kartenbuffet Weihnachtskarten basteln. Ich habe zehn Stück vorbereitet. Fünf davon könnt ihr nachbasteln, könnt ihr euch aussuchen, die ihr dann zu Weihnachten verschicken könnt. Handgemacht. Das Ganze auf dem Samstag, 4. November, 10 bis 16 Uhr mit einem kleinen Mittagsimbiss und ein paar Getränken. Nett beisammen sein. Da habe ich im Moment auch noch zwei Plätze frei. 15 Euro, bist ihr dabei. Und ja, ansonsten habe ich euch auch schon alles erzählt, was ich erzählen wollte. Wie gesagt, Stempelset, Designpapier, Katalog. Wir sehen uns die nächsten Tage auf meinem Blog. Immer schön um 10, wie du das ja fast schon von mir gewohnt bist. Und ich versuche das auch regelmäßig einzuhalten. Auch dieses Video kommt auch um 10, obwohl ja, wie du augenscheinlich siehst, es gerade nicht hell ist. Denn ich muss immer noch nachts Videos aufnehmen, weil mein Nachbar immer noch seine Bude renoviert. Und ich tagsüber einfach hier nicht aufnehmen kann, weil du nichts von mir verstehst, wenn er mit der Schlagbaumaschine unterwegs ist. Aber ich hoffe, das ändert sich dann auch nächste Woche wieder, sodass ich nächste Woche also auch wieder ein bisschen schönere Beleuchtung habe und mein Mentor nicht schimpft, weil ich nicht vorm Fenster stehe. Schöne Grüße an dich, lieber Ludwig. Ja, das war es dann auch schon. Fünf Minuten habe ich gesabbelt. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Du bist jetzt mit den Informationen versorgt. Und dann sehen wir uns ganz bald wieder. Und ich wünsche dir erstmal ein ganz tolles Wochenende. Liebe Grüße und Tschüss.